hallo und herzlich willkommen hier ist die folge hier gerade alten karte ja ja grasmähen und zwar ich werde die große wiese nehmen und die werde ich auf schmack legen versuchen mit kohle das machen und auch versuchen das zu speichern dazu muss ich mal gucken dass ich den krieg mit streng x kann man das aufklappen zur gleichen zeit und hier machen wir kurz jetzt kurz wie wir denken und gucken wo wir jetzt einstellen können arbeitsmodus streng z müsste jetzt auch schwarz sein kann ich ja kein genau wohnen anschalten müsste auch schwarz sein ist auch schwarz gut machen wir aus zwar neuer mod mit dings oben rechts und das ist kann man sehen oder käse das kann man hier sehen ja gut ja gut ich bin nicht dabei den habe ich jetzt mal wieder zugenommen so helfer die müssen aber hier mal einstellen klingt verrückt das ist zum speichern speichern laden und helfer ja hilfe genau den kurs muss ich eigentlich löschen hier oben so job erstellen öffnen arbeitsbreite ist ja zehn meter vorne drei meter hinten zehn müssten zehn meter sein hoch runter vorgebende rund neuer weich zwei das weiß ich nicht keine ahnung was reisen soll glockwiese glockwiese contact glockwiese ja neuer glockwiese automatisch auf bahn nein vorgebende starten auf feldbahn zum ballenpressen ist das wichtig aktiviert und hier ist generieren feldkongurs müsste hier mit das feld aktivieren ich habe es gerade berechnet die wiesen sind ein bisschen komplex daher stürzt er jetzt ab das wäre nicht schön noch einen umblick vorfügeffekt 10 mal bis 10 1 2 3 das berechnen kann lange dauern 4 5 6 ohne muss es rausschneiden dann muss ich noch behalten was ich machen will 7 8 9 er hat es berechnet gehe mal kurz kurz raus kurz speichern ordnet hier neue ordner nehmen wir wiese groß da ist ja keine nummer bei am hoch das ist für mich nur dass ich weiß wo es sein könnte so also er nimmt sogar die wiese mit weil ich hier durchgeflogen gegrüppert habe das ist jetzt ein bisschen blöd aber das macht nichts wenn er das macht wichtig ist nur dass er an den dingern durchkommt also dass er in ein Feld rein beginnt damit beim ballenpressen auch die feld reingenommen da oben ist da oben ein baum gut hin hin wieder mal reingreifen zurück helfer einstellen ich hoffe mal dass er durch den macht ich hoffe mal dass er durch den macht ich hoffe mal dass er durch den macht das ist eine gute frage müsste ich irgendwie jetzt hoffentlich die arbeitsbreite passt aber wenn die arbeitsbreite nicht passt dann lässt er was stehen muss ich mich rausfinden gerade er verschieben also er nimmt einen kurs an mal gucken wie der oben wendet da geht kein vorgewinne keine breite keine fahrspur der andere kurs ist weg macht nichts bevor er reparieren soll dann müsste ich jetzt wenden normalerweise immer gucken dabei sein wenn das so weit läuft hat sehr lange gedauert zum berechnen und ich habe beinahe gesagt oh schlecht das ist schlecht das ist schlecht das ist schlecht deswegen schlecht weil das ja nicht so geplant ist also Neuberechnung also Kurs löschen und Neuberechnung und zwar mit 3 vorgewendet oder 4 hier bevor sie mir anzeigen kann das wäre nicht schlecht 10 Sätze nicht 10 Sätze nicht das ist schlecht das ist schlecht gut wenn die Leute immer einen Kurs drin haben der nicht funktioniert nicht mein gut die Steine stören sowieso ich stelle mal hier diese Position vielleicht ist die wieder an das ist eher unwahrscheinlich so steigen auch so normal gerät anheben früh spät absenken früh absenken spät anheben mit schwatten wir eigentlich besser gewesen weil das macht sie ein bisschen besser ja kann so ein bisschen so normal job erstellen die Sonne rein fällt oder erkennt er dieses nicht an was wir als nacht haben als feld nur das nimmt was gekuppert wurde ich musste so eine bahn kann man alleine pressen stop erstellen feldarbeit generator vorgewendet 2 versuchen wir gleich 4 lockwiese versuchen wir damit gleich und besser auf bahnen aktiviert 10 meter und das gut hier feldkurs mal gucken wie lange dauert jetzt kommen auf die zeit das packen wir noch könnte erst mal trinken er wird so weit gefahren aber wie gesagt cosplay single player alles gut multiplayer würde ich vorher vorerst nicht mit rechnern das geht das ist ja auch das problem dass das prinzip mit allen synchronisiert werden muss und der hinaublick wo ich jetzt hier berechne steht woanders das spiel auch das ist so das sieht schon mal ganz gut aus das ist 1,2,3,4 vorgeworfen dann tut er sich leichter wo er nur anfängt das weiß ich nicht genau das kann ich so nicht erkennen so speichern irgendwo öffne shop starten muss vorher speichern junge brechen das pressen wollen muss gespeichert werden hier kurs neue ordner wiese kurs speichern kurs name wiese treiben hof groß kurs nee nicht groß nur mal so für mich als wenn die felder nochmal hätten wir es besser kurs speichern zurück und kurs speichern ja die zeugel ärgert mich schon schau kurs speichern kurs speichern zu kurs speichern kurs speichern kurs speichern das ist stock, wo ist der anfang? da unten, da wollte er hin das hier muss er durch an das Menü muss ich noch gewöhnen, von Cosplay aber das geht alles irgendwann es ist natürlich blöd, dass ich durchgekoppelt habe deswegen ist das gar nicht mal so gut vom Prinzip her da hat die Wiese gelöscht bei der Aussaat weil da nichts wächst muss man so versuchen da wissen dabei zu bleiben ach das Prozent der Lackierung und und Schaden ich dachte schon müssen das entsprechend dann interessant wird es ja nicht beim Ballen pressen deswegen machen wir Cosplay da ist Zaun, das weiß ich schon ja das klappt so nicht, weil da der Zaun ist kriege ich den Zaun weg? glaube ich eher nicht Land bauen das ist ja irgendwo der Zaun löschen kann auswählen früher konnte man anklicken und dann verkaufen Landschaftsbau kann man machen, aber den möchte hier verkaufen oder löschen kann man machen, aber den möchte hier verkaufen oder löschen Ja, Dekoration, aber ich glaube nicht. Aber was ich machen kann, ich kann das mit Gruppe löschen, beziehungsweise mit dass wir hier was dazwischen bauen. Umschart links, hier zeigt Umschart links. Gut, naja gut. Löschen heißt hier, löschen, Probenbearbeitung. Oh, ich sehe gerade Überlänge. Das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ja, das war ein Versuch. Hat nicht ganz so klappt wie es sollte. Schauen wir mal nächstes Mal. Tschüss, tschau, bis zum nächsten Mal. Und auch vielen Dank, dass wir uns hier reinschauen. Tschüss. Vielen Dank. T��енige. Untertitelung des ZDF, 2020